Tatütata, der Daniel ist in der Schweiz schon wieder da. Ich werde jetzt mal ein bisschen trainieren gehen, Alter. War mal mitbewohnen, hat mir das erlaubt. Zieht euch das mal rein, Alter. Richtig geil. Hat er neu bekommen? Das ist auf jeden Fall ein richtig fettes Teil, Alter. Und bald werde ich ein richtiges Monster sein, wenn ja auch die Schweiz P ist. Das ist auf jeden Fall.